Ich heiße Guillermo, aber alle nennen mich Memo und seit vier Jahren bin ich in Steph verknallt. Los, nimm ihn an! Ich habe Steph auf einer Party kennengelernt. Wir kriegten schnell raus, dass wir viel gemeinsam haben. Sie spielt Fußball und Fußball ist mein Leben. Wir haben zwei oder drei Stunden gequatscht, dann Telefonnummern getauscht und uns dann auch öfter getroffen. Los, komm! Wir unternehmen oft was zusammen. Manchmal reden wir nur, sehen uns Filme an, joggen oder trainieren zusammen. In Stephs Nähe habe ich immer einen grinsenden Gesicht. Jetzt mal etwas härter! Nein, ich bin schon hingefallen und habe mich blamiert. In der Highschool hatte ich ein Spiel vor Talentscouts. Mein Team hat auf mich gebaut, aber ich habe schlecht gespielt und wir haben brutal verloren. Ich kam mir damals vor wie der totale Versager. Die einzige, mit der ich reden konnte, war Steph und sie hat mich motiviert weiter zu spielen. Da habe ich gemerkt, dass sie etwas Besonderes ist und dass es mich glücklich macht, wenn ich mit ihr zusammen bin. Auf Ex! Ist gesund! Super eklig! Ich habe großen Respekt vor Steph und vertraue ihr total. Unsere Freundschaft bedeutet mir alles. Darum habe ich solche Angst. Wenn sie mich abweist, geht unsere Freundschaft kaputt. Ich mache ihr alles nach. Ich habe Angst, sie zu verlieren. Mein Leben wäre nicht mehr dasselbe. Wenn ich Probleme hätte, wäre sie nicht mehr für mich da. Dabei habe ich mich schon so daran gewöhnt. Es ist Zeit für etwas Neues. Ja. Ich setze alles aufs Spiel, aber sie muss wissen, was ich fühle. Heute ist Schluss mit dem Freundschaftsding. Ein guter Rat. Hallo! Ich wollte mal nach Fußballschuhen und T-Shirts gucken. Mein Freund Mike soll mir ein paar Ratschläge geben. Ich lade Steph zu einem Date ein. Wirklich? Ich weiß. Ich habe es noch keinem erzählt. Sonst spreche ich nicht so darüber. Du musst dir im Klaren sein, dass das auch nach hinten losgehen könnte. Vielleicht sieht sie dich eher wie ein Bruder. Ja. Willst du das riskieren? Ja. Wenn ich noch länger warte, könnte ich meine Chance verpassen. Dann beeil dich. Sie bleibt nicht lange solo, das weißt du. Ja. Sag es dir. Ich habe Angst, dass es schief geht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich es tun muss. Gleich ist sie da. Und ich habe vor Aufregung zwei Nächte nicht geschlafen. Ich frage mich, ob ich meine beste Freundin verlieren werde. Nur weil ich mit ihr zusammen sein will. Ich bin Stephanie und kenne Memo seit vier Jahren. Unsere Freundschaft bedeutet mir sehr viel und ich vertraue ihm so ziemlich alles an. Ich helfe ihm heute dabei, seine Traumfrau zu erobern. Alles klar? Was geht? Wie geht's? Gut. Bist du bereit? Ja. Was willst du machen? Bist du schon aufgeregt? Ja, total. Klar. Ich hätte gestern fast abgesagt. Echt? Oh nein. Ich war ganz kurz davor. Und wo geht ihr hin? Ich will mit ihr in diesen großen Freizeitpark gehen. Das ist witzig. Hoffentlich mag sie Achterbahn. Ja, hoffentlich. Sie soll sehen, wie ich so drauf bin. Seht hier bloß nicht wie wir immer Rapper und Filme. Das wird sie nicht verstehen. Alles klar. Machen wir erst Bauchübungen? Ja. Wie du meinst. Muss ich dir eigentlich alles sagen? Na, als Coach? Du musst gut aussehen. Ich weiß. Aber sei nicht zu eingebildet. Lieber nicht. Sei, wie du bist. Ich will's versuchen. Bleib einfach locker und lächle viel. Meinst du? Also ich fühle mich besser, wenn Jungs lächeln. Vor allem ich, oder? Na klar. Ja, du strahlst richtig. Es wird ernst. Mir ist beim Training wieder klar geworden, dass Steph mir unglaublich viel bedeutet. Es würde mich ziemlich verletzen, wenn es ihr nicht auch so geht. Aber dieses Risiko muss ich eingehen. Gehen wir? Du siehst gut aus. Voll das Model. So bin ich. Fertig? Ja, wir können los. Let's go. Bist du bereit? Glaub schon. Ja? Na klar. Das hoffe ich doch. Ich hab Schiss. Ach, ich dreh wieder um. Gleich werde ich ihr sagen, was ich für sie empfinde. Ich hab ziemliche Angst, dass ich rumstotter. Aber die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Erst hatte ich am meisten Angst vor einer Abfuhr. Aber jetzt habe ich Angst, dass sie Ja sagt. Ich will sie auf keinen Fall enttäuschen, wenn wir erstmal zusammen sind. Das wird gut. Meinst du? Ja. Aber ob ich das schaffe? Viel Glück. Sei einfach wie du bist. Du machst das schon, okay? Ist gut. Ciao. Ciao. Warte mal. Ich muss dich noch was fragen. Es gibt etwas, das ich dir schon lange sagen will. Seit wir uns kennen, haben wir so viel zusammen erlebt. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich wollte schon immer mehr sein als dein bester Freund. Du bist für mich die tollste Frau der Welt. Und dieses Date ist für dich. Damit hatte ich nicht gerechnet. Was meinst du? Willst du mein Date sein? Also... Ja, ich wäre gern dein Date. Echt? Du bist mein bester Freund. Ich will es versuchen. Ich auch. Oh Mann, wie konntest du mir das antun? Sorry. Du bist verrückt. Du willst also mein Date sein? Ja, na klar. Sicher? Ja. Super. Komm. Echt verrückt. Dass Memo das alles für mich geplant hat, ist einfach nur irre. Bist du bereit? Ja. Ich hatte diesen Gedanken auch schon. Ja, echt? Ja, aber wir sind schon so lange befreundet. Und man hat Angst davor, wie der andere reagiert. Ich halte mich lieber fest. Ja. So was macht echt keine andere mit. Es war toll, ihr endlich die Wahrheit zu sagen und auf ein Date mit ihr zu gehen. Das werde ich nie vergessen. Guck mal. Das sind ja wir. Du bist so gemein. Du bist so gemein. So gemein. Ich liebe dich. Ich bin jetzt etwas verknallt. Echt seltsam. Das ist das perfekte Date. Wir in der Achterbahn. Ja, das ist genau unser Ding. Wir sind endlich ein Paar. Mann, son. Hahaha. Ja.